Meine Cousins sind Piloten, also Zwillinge. Ist das auch Zwillinge? Ja. Seid ihr auch Piloten? Noch nicht. Wollen wir uns werden. Du bist der Anführer von euch beiden, gell? Ja. Voll krass, das ist ein zu zweit, der eine ist Anführer. Ich hab 90 älter, 2 Minuten. Überleg mal, was 2 Minuten ausmachen könnte. Dein Leben lang ist der am Arsch, he? Als ich in deinem Alter war, vor 119 Sekunden, da war alles anders, Alter. Wirklich? Wirklich? Genau. Was kann da passieren in den 120 Sekunden? Also bei mir viel. Nicht nur einmal, zweimal. Wovon reden die eigentlich? Warum lacht ihr alle? Die reden schon auch vom Kacken, oder? Unser Vater ist Pilot. Wir sind ja beide im Segelflugverein und fliegen von Segelflugzeugen, weil das kann man auch jetzt schon machen mit dem Alter. Wir sind quasi Piloten. Guck mal, ihr denkt euch grad, was labern die zwei? 16-jährigen. Aber irgendwann, wenn ihr mal auf Fuerteventura wollt, dann werdet ihr sagen, was geht ab, Leute? Hier sind die zwei von der Bad Nauheim. Schnell euch an, sonst fliegt ihr um die Ohren. Mann, ich war dran mit der Durchsage. 120 Sekunden. In deinem Alter bin ich noch Segelflugzeug geflogen. Okay. Und dann schlugz, da haben wir einen und dann rechtfertigen. Mann, ich schlug euch noch.